Willkommen, ich zeige Ihnen heute was ganz Besonderes und zwar eine Garnitur Ewaldschelig Flex Plus als Sofagruppe mit zwei Sofas in einem Hochwertstoff 1854710 Sand. Ein Kundenstomo, also der Kunde hat bestellt, aber nicht abgenommen. Nun, was lässt sich hierzu sagen? Flex Plus ist der Klassiker von Ewaldschelig, das meistverkaufteste Modell, wo Sie sich Armlehne, Sitztiefesitz, Höhe, Polsterung, alles raussuchen können. Hier haben wir eine Ausführung mit einem mittelfesten Sitz, Kaltscharmsitz und einem ganz strapazierfähigen, sandfarbigen Stoff. Bei Flex Plus sind die Kissen immer lose, sodass Sie sich Arm zum Hinlegen, auch, ich lege mich mal aufs kleine Sofa, auch, dass Sie den Platz schaffen können, wenn Sie die Kissen wegnehmen. Haha, dann haben Sie mehr Platz. Also Sie können auch auf einem kleinen Sofa liegen, Sie können natürlich auch auf einem großen Sofa liegen. Die sind auch liegen hervorragend. Sitzen-Komfort gut, klassische Optik. Ideal sind zwei Sofas, wenn man ein bisschen einen größeren Raum hat und dann kann man die Sofas auch stellen, wie man will. Wir haben hier sehr feine Chromkufen, macht die Gartentur noch edler. Lose Kissen habe ich gesagt, strapazierfähigen Stoff habe ich gesagt, Kundensteuer habe ich gesagt, ein Einzelstück zum unfassbar Preis. Flex Plus von Ewald Schillig, also Fahrgruppe in Stoff, Sand. Wer schnappt zu, Sie, dann freue ich mich. Dankeschön und Tschüss. Tschüss. Tschüss.